Vorab in eigener Sache. Bitte abonniert den Kanal und helft uns, die Artenvielfalt so beizubehalten oder zu verbessern. Ich bin jetzt in Cottbus an der Wendeschläfe einer Straßenbahn. Da dieses Gelände höchstwahrscheinlich mindestens einmal im Jahr gemäht wird, was ich aber noch nicht weiß, da muss ich bei der Stadtverwaltung nachfragen, werde ich darauf, dass der Stadtverwaltung erst dann mitteilen, sie erleben nämlich Weinbergschnecken. Da die hier geschützt sind, die eben noch niemand dort erreicht hat, sind momentan wohl alle unterwegs vom Umweltamt, werde ich morgen anrufen und durch darüber berichten. Danke.